Aloha meine Freunde, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Runde WoW. Spielen wir mal eine Runde in wundervollen kleinen Schurken. Erstmal gucken, was er überhaupt steht und was wir jetzt zu tun haben, weil das ist halt schon wieder echt ein paar Tage her. Okay. Wir gucken. Als erstes mal. What? Wir sind Stufe 16. Alter. Was haben wir denn jetzt hier schon als Aufsitzen? Zahlungszufluss, sehr geil. Eine hastige Ruhe, nochmal verstärken. Mobiles Banking. Oh. Boah. Geil. Ei, 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 ei. 31 Leute sind wir. Crass, die Sache. Echt Hardcore. Echt Hardcore. Member 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 Member. Member. Meine Güte. Boah, krass. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Ei, 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 ei. Krass. 31 Leute und dann halt einfach Stufe 16. Finde ich halt ernsthaft richtig krank. Das ist halt echt krass. Ei, 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 ei. Das finde ich halt schon definitiv echt cool. Was kann er denn hier rufen? Wohlwollend. Ne, ist natürlich doof. Weil Wohlwollend sind wir noch weit von entfernt. Das hier bräuchten wir freundlich. Wir sind ja noch nicht mal irgendwas. Hm. Geil. Das ist halt definitiv schon echt sehr, sehr cool. Das ist halt echt richtig cool. Bisschen geflasht, muss ich gestehen. So, genau. Das ist ja alles wieder um irgendwas da hin und her zu wo waren wir denn jetzt überhaupt. Da müssen wir noch die Dinger und da müssen wir noch irgendwas machen. Okay. Wahrscheinlich mussten wir hier noch, ne? Genau. Okay, dann du noch. Den habe ich wohl doch... Oh, nice. Und aufgestiegen. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nur noch das Quest hier fertig und dann bringen wir die erstmal alle weg. Und vom Prinzip her könnten wir dann mal gucken, ob wir nochmal eine Runde irgendwo in den Dungeon gehen. Ob wir da irgendwas Interessantes die Ds gebacken kriegen. Nein, da wollte ich hin. Wir müssen vom Prinzip her da so in die Richtung. Okay. Können wir hier rum rauf? Das wäre natürlich sehr nice. Die hier haben wir alle. Okay. Kaninchen haben wir auch. Müssen wir hin. Da so in die Richtung. Also müssen wir wahrscheinlich da hoch, aber... da kann man hochlaufen. Okay. Die hier haben wir alle. Den kurvischen Vogel brauchen wir gar nicht. Was haben wir da? Kanickel haben wir auch. Ich sage, laufen wir jetzt einfach mal hier hoch und gucken mal. Na, immer die falschen. Drücken wir mal den falschen Knopf. So. Ich könnte ja nicht einfach das arme Ding hier verprügeln. Ihr kleinen Penner. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ähm. Ah, da. Okay. Ich sehe nichts. Aber egal. Geht auch so. Läuft. Zap, zap. Ist der Rest auch hier? Ja. Das heißt... Im Prinzip müssten die anderen Mopeds ja dann auch hier rumstehen, ne? Da ist die drei. Schnetzel. Schnetzel. Da haben wir die drei. Jetzt brauchen wir noch die eins. Warum haben wir die denn? So. Oh, da ist der Herr Wichtel online. Der Herr Wichtel ist nämlich ein ganz netter Mitspieler. Der hat mir als ich auf dem Hunter online war ähm 17.500 Gold geschickt. Damit ich das Bankfach ausbauen kann. Ähm. Also wie gesagt, 17.500 Gold hat er mir geschickt, damit ich das Bankfach ausbauen kann. Habe ich soweit auch getan. Nur die siebte Stufe kann ich noch nicht. Ähm. Weil dafür noch irgendwas fehlt. Ich weiß aber halt nicht so genau was, aber... ist doch eigentlich... ist doch eigentlich... nicht so gut. Ich weiß 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 nicht so gut. ja, gucken wir gleich nach ist jetzt gerade ein bisschen doof hier so da ist es fast Nummer 1 ok schön komm, los, los, los unsichtbar schwupps das finde ich auch geil, jetzt wird angezeigt da können wir Quests abgeben, da ist überhaupt keiner läuft müssen wir denn jetzt sehen, da wir gehen alle da ab, hier können wir das eh nicht abgeben, ist halt totaler Bullshit da, weil wo sollen wir das hier abgeben, hier ist keiner zum abgeben es sind dann halt eh alle da hinten so, wir geben jetzt alles da vorne ab und dann gehen wir auch gleich einmal zurück nach Ogrima und alle, die wir dann jetzt gleich noch nicht fertig haben brechen wir halt direkt ab ganz ehrlich und dann gucken wir mal, ob wir mal ein Ründchen auch da in der Mitte ist er kann man den Gildenumhang an ja, haben wir gut so ablehnen weiter ja, vom Prinzip her völlig bumms aber wir nehmen die wegen mehr Geld so Quest beenden weiter 13 10 nehmen wir natürlich den Quest beenden so guck mal da sind wir doch schon noch weiter da können wir noch mal abgeben da können wir aber nicht vernünftig hin flattern da auch ach, ganz ehrlich weißt du was so abbrechen abbrechen da bin ich nicht mehr zum abbrechen gekommen ja so let me broths your goods weg weg so und dann gucken wir jetzt mal eben was hier so ambach ist vor allem was hier so in der Post ist okay nice gar nicht drauf geachtet oder gar nichts mehr dran gedacht oh nice da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal jede Menge Platz sehr sehr gut packen wir den da rein so so das schöne ist wir haben nur noch zwei Quests das heißt den ganzen Scheiß hier kann ich auch wegwerfen so ähm wow das war natürlich sehr intelligent dass wir da nicht dran können naja gut dann mache ich jetzt mal eben zwischen den Folgen gehe ich mal mit dem anderen online und behebe das ciao ciao